Und da sind wir wieder und unten sehen wir halt die aktuelle Position, dann sind wir gerade auf dem zweiten Platz in 12 Minuten und 42 ist die Zeit, die wir gerade schon in dieser Meisterschaft verbracht haben, also auf der Strecke. 5, 4, 3, 2, 1, Vorsicht, 150, rechts 2, links 2. Schauen wir erstmal an die Etappe zu Ende, an die Etappe, in rechts 3, in links 2 lang, Kuppe, rechts 1 macht zu, in links 2 lang, in links 5 lang, 170 über Kuppe, links halten über Kuppe, in offene Kehre rechts. In links 2 lang, in rechts 6, 60, rechts 6 lang, Kuppe, links 6, in rechts 3 lang, Kuppe, in offene Kehre links. Oh geil, das funktioniert irgendwie. Oh nee, ist nicht Zaun, oder? Ouss, boost. Ja, wie willst du machen? 3, 2, 1, Vorsicht. Versuch den haben wir mal die normale Zeit, wenn das ganze Infoil können würde mit der leve Zeit. Rechts 2, links 2. Noch schneller zu fahren In rechts 3 In links 2 lang Kuppe Erreichend Rechts 1 macht zu In links 2 halt lang In links 5 lang 170 über Kuppe Links halten über Kuppe in offene Kehre rechts Ich will hier In links 2 lang In rechts 6 60 Rechts 6 lang Kuppe Links 6 in rechts 3 lang Kuppe in offene Kehre links In rechts 5 In links 1 lang mach zu In rechts 1 halb lang In links 3 lang unter In rechts 3 lang In links 4 lang In links 2 lang In rechts 2 lang In links 3 Kuppe In links 3 Kuppe Und offene Kehre links In rechts 3 lang In rechts 3 lang Und die Kehren bin ich eh ein bisschen zu schnell. In links drei Langsichten schneiden. Inkehre rechts. In rechts drei Langsichten schneiden und überkuppen. In links vier sechzig. Da war jetzt ein mega langer Weg gefühlt. Links vier. In rechts sechs sechzig. Rechts fünf Lang vielleicht Sprung. 130. Kehre rechts macht auf. Und links vier über 100. In rechts vier Sprung nicht schneiden. 40 verengt sich. Links sechs über Kuppe. Und links zwei macht auf über Kuppe 150. Komm schon hier ist ein Gondel oder so. Ist auch ein Schnee geweht. Rechts drei über 100. Da braucht man auch da hinten bei der Kurve so unsere Holzhäuser. Ist ja ne mega Lebensfluss. Inkehre links. Links? 60. Links sechs. Ich bin jetzt schon überwiegend. Und rechts sechs über Kuppe 40. Achtung Kuppe links sechs. Sofort kehre rechts. 150 über Kuppe. Sofort kehre rechts. Oah, da wäre ich schon abrutschend. Rechts sechs über Kuppe. Rechts sechs über Kuppe. Links fünf Lang. Das wäre jetzt sehr richtig schlecht. Und rechts sechs lang in offene kehre rechts. Eisplatten ab hier. Tock. Links fünf über 100. Sieht vielleicht eh jetzt nach Grün schauen rein. In rechts fünf in links sechs. In rechts 4 lang, nicht schneiden. Vorsicht, links 1 lang, eng am Ausgang. In rechts 6, halb lang, 150 durchsenken. Bis zielen. Zweiter. Ok, bei dem Event bin ich generell zweiter. 30.000 nur verdient. Erweitert das Saptop, geil. Hm, sind aufgestiegen. Von dritten Platz auf den zweiten Platz. Ok, stimmt. Bei der ersten Etappe sind wir in Griechenland dritter geworden. Jetzt sind wir hier in Monaco. Zweiter geworden. Ok, gut. Wir ziehen jetzt als nächster hin. Gucken wir schnell noch kurz. Und Deutschland. Da hab ich Bock drauf. Gut, sehen wir uns gleich wieder. Zum ersten Deutschland-Part.